hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video ls 19 modverstellung heute ist ein wunderschönen sonntag ich habe neue mod und zwar nicht hier nein und zwar kompaktaktoren dann einen wunderschönen gül na den gab es gestern auf aber in den mods können wir gerne runterladen da kommt der angeküpft wir können hier ein gewicht dran pappen können wir so kaufen wir können die bäuer ändern die lustig sind können wir das machen können wir nochmal so kaufen können wir nochmal mit breitreifen zum beispiel nehmen oder können wir hier mit fontleiter auch nehmen es gibt hier eine große auswahl da steht unsere gültnerfamilie und zwar das war lange nicht am ende wir können unter frontladen gibt es jede menge sagen richtig schön passt auch mega finde ich ähm und können wir schauen mal probieren so von außen sieht er mega aus also nicht geil weil ich heute einen sound ähm man kann die planen mit n hoch und runter machen ich kann schon mal kurz hin den ton noch mal ein bisschen lauter machen für euch also es hört hört schon geil an so die bremsen alles das sieht ja auch ja es hört richtig geil aus können jetzt ähm das hier dranhängen weil es so richtig man kann ihn nicht bewegen also vorne weil es gibt hier diesen früher kann man das nicht bewegen zum Beispiel kann man äh so ein seil ziehen dann enthagt er sich halt da vorne kann man hier auch machen drückt mir V enthagt er sich und so lädt man dann halt ab genau mit ballenstabeln hab ich schon getestet ähm ja ich finde diesen Mod mega äh der Mod kam gestern also am Samstag um 14 Uhr knapp raus könnt ihr auch äh die Schaufel anheben weil sie sind ja nicht so leicht geht das mit der Schaufel ja Schaufel anheben weil die sind ja nicht so leicht wie eine große Schaufel oder sowas also achso wie viel besser haben die Dinger ähm die haben 75 in der kleinsten und ähm 75 PS haben die aber trotzdem sehen die echt schon cool aus und zwar hatte ich auch weiß packt das und eine greile Zeige kann man mal ausprobieren ey oh nein naja ist ja egal schon schon ich finde diese Bremsen so geil so packt er ganz easy peasy und ja wie gesagt den Mod gibt es auf Verbindmods ähm ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wir sehen uns wir hören uns wieder am Montag bis zum nächsten Mal auch dran und ciao